Ich meine Sie, Micha, mein Leben hat weder eine besondere Bedeutung oder Richtung noch einen Zweck, den es erfüllen muss. Doch ich bin glücklich. Seht euch unseren Kermit an. Denkt ihr für ihn, ist es einfach, grün zu sein? Ich wäre lieber blau. Oh, das habe ich gesehen, Bernice. Das Lächeln bedeutet, dass für dich noch Hoffnung besteht.